um ja ja das ist immer ein Mic Check von weitprofessionellen heute ja ganz ehrlich ne? wenn du das nicht so machst dann ist was falsch bei dir wow sonny, wow, er sagt der MC ja komm ich glaub das nicht glaub ich muss das nächste mal wenn ich sie dir nochmal geht kacken in 5,4,3,2,1 waaah genauer geht kacken oh mein Gott nein danke die wait for it nein langweiler hey wir haben 15 Punkte direkt bekommen was ist das am besten mal alles klar oh nope no das involviert aber dass wir auf unseren Clan stolz sind und das finde ich nicht oh ich bin kein stolz auf einen Member von Infinity Judgement glaub ich nicht oh oh wow geist du nach ziel oder was aber hakt der ja und ich bin halt mit sie hat sie doch ganz erdeckt das sieht bauen also für mich abzenia von marzina in planen ich weiß nicht Ich bin gleich an US-Leiter, was ist das? Unsere Punkte sind zu ausgeglichen. Ja, wie genau? Eine Frage, wird das eigentlich noch was zu Kini oder? Nee, ich mach gerade ein. Er hat sein Vorspiel, lass sie. Wie das machst du denn? Warum hast du keine andere Waffe außer CS? Nein. Naja, ich mach gerade ein. Au, au. Ich kann einfach nur zugucken, ey. Das war knapp. Schade. 3, 2, 1! Ey, das war laut. Das war nicht laut. Das hat sich nur laut angehört. Nein, ich höre dir. Ey, ich hab einen Chaser-Pad und werde nicht Chaser. Unglaublich. Wir haben erst zwei Runden, Michi. Ja, trotzdem. Ich hab einen High-Chance-Up oder was auch immer. Normalerweise bin ich immer von Anfang an Chaser. Voll traurig. 1-Hit. Jetzt geht's durch die Wandtauen. Achtung, Achtung. Oh mein Gott, du hast mich gerechnet. Oh mein Gott, ich bin doch gar kein Ziel. Wie, wie ich die ganze Zeit auf 3 gesucht hab. Instant Respawn, Instant Respawn, Instant Respawn, Instant Respawn. Ey, what the fuck? Inni, du hackst. Ich hacke nicht, man kann dann durch die Wandtauen. Nein, stimmt gar nicht. Schaap! 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 Das ist ehemaliger... Ehemaliger GM. Okay. Ich kann die Sp핥 auch mal da. Ich kann ihn an, das ist auch nicht so schlecht. Ich kann ihn an. Ich kann ihn an. Ich kann ihn an. Das war genug, das ja war... Bestätigt, dass Krebs die größte Frauenquote Deutschlands hat. Oh mein Gott, Sunny. Best Frauenquote EU. Runter da. Ey. Zwei mal miteinander. Oh mein Gott. Du bist ja fast weg, ey. Oh mein Gott, hau rein! Sunny, Sunny komm schon! In die Luft! Du musst in die Luft zur Seite Deutsch und dann Leertag zu drücken und dann CS. Dann kriegst du einen Cancel hin. Komm, hause alle tot! Du riechst dich so... Er kennt sich aus. Er ist Experte. Das war's für mich. Mischi? Ja? Folge 237 ist vollig. Okay. Ich bin ein ganzes Kind. Ich bin ein ganzes Kind. Ich bin ein ganzes Kind. Das war's für mich. Das war's für mich. Nice job! Dreckiges gespammt, wir haben erst mal Dreckiges, weil es die Campe. Musst du dann anfangen. Hey Sunny, ich hab irgendwie 5 Punkte bekommen. Für was hab ich das bekommen? Achja, weil du, fair, loo. Immer nicht ganz schön, was ist da? Er weint. Oh ja, genau, geht nach oben. Ich hab fixe Dreckigen. Hast du grad ein böses Wort gesagt? Das sind sie. Denn Civea, dein LP ist seit 2 Jahren ab 18, Mann. Ab 18, wer hat das denn gesagt? Du Arsch. Du selbst, wie alle, schick im Kommentar. Ich mach's lustig, stimmt. Nein! Nein, jetzt nicht! Ich hab für 2 Jahre Vertrag, Mann. Ich hab für 2 Jahre bezahlt. Ich hab für 2 Jahre geflogen. Ich hab für 3 Jahre geflogen. Ich hab für 3 Jahre geflogen. Ich hab für 3 Jahre geflogen. Ja, Faze Hager, ich glaub's nicht. Der sah aus wie der 4. gegen 1 Wind Waker. Dieser komische Typ mit dem Turm. So sieht der Joker aus, irgendwie. Oh ne, der sieht eher aus wie Dragoon von Brawl. Der ist schon. Ich fühl mich immer noch aus wie ein Facehugger. Oh! Ich fühl mich immer noch aus wie ein Facehugger. Das ist dieser... Alle denken, es wär gehackt, Mann. Das ist so lustig. Facehugger? Ernsthaft? Facehugger sind orange, Mann. Und? Ich mein, er sitzt am Face und er hackt das. Wow! Wow! Kennst du das, wenn man Cancell und kein CS da hat, um so ne Deadpool-Moray zu canceln? Ihr könnt auch mit anderen Sachen canceln, verdammt nochmal. Ja, aber du kannst kein... Ja, aber nicht mit dem Denker, da hast du ne Verzögerung. Und dann hat es halt grad auf... Überraschung! Not surprised. Wow. Hör drauf, mich dauer zu canceln. Jetzt mal ohne Witz! Was soll der Sche... Leute! Wo ist der? Was denn da hin? Leute! Warte darauf, dass jemand sch... Oh mein Gott! Nein! Achtung! Komm schon! Komm schon, Zucchini! Ja! Bei mir hat einfach mal alles gelöst! Ich hab nichts gesehen! Hauptsache da fliegt Werner! Wenn du nichts gesehen hast, ich informier dich! Du bist tot! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Zwei Dagger! Zwei Dagger! OP! Balance bitte! Balance! Bei Kimi heißt das nicht nirg! Balance! Abfall gegen die ganze Rund da! Leute! Was los? Frag mich warum Black den meisten... ...sch... Oh mein Gott! Seh ich denn Hexmatch? Ich hab keinen Bock, ich werde zu stehen! Er lügt! Er blisst! It's a trap! Ja! Wow! Ich hab 1 AP! Ich hab genau 1 AP! Nein! We started! Schöner Home Run der Welt, muss ich dir lassen. Oh mein Gott. Oh, das sah episch aus. Oh mein Gott, ich seh... Oh mein Gott, Nishi. Nope. Ding viel zu weit von deinem Kopf weg ist. Ohne Witzes. Ja, 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 das ist... Das kloppt man schon durch die Wand und ich denk mir, was zum Teufel, wo ist... Oh mein Gott. Was? Und er ist auf der anderen Seite und ich so, was? Oh, dieser Airwalk. Tschüss Michi. Weg. Okay. Ich brauch meine Privatsphäre. Das war übrigens der perfekte Cancel. Oh mein Gott. Oh mein Gott, kein... Oh mein Gott, das war so knapp. Wie ich immer als erstes geklatscht werde. Wie ich immer als erstes geklatscht werde, die ich derzeit auf dem Seif. Oh, die Stern, benimm dich mal. Die Stern, er ist für dich. Alter, wie das Ding hier aus der Wand drauf sind. Ja, das ist so creepy, man. Ich denke mal, das ist so creepy. Oh mein Gott. Du hast mir genau in die Augen geschaut und ich hab gesagt, oh mein Gott, ich bin tot. Oh mein. Die Night. Die Night. Oh mein Gott, ich kann kein X drücken. Get off. Mein Lawn. Oh mein Gott, ich sterbe auch noch. Oh mein Gott. Willkommen. Hey, hey Michi. Wie geht's zu dem Club der Toten? Fuck you. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich hab ihn gekommen, ich weiß es. Bist du gekommen? Ja, ich werde... Nein. Bitte. No. Oh scheiße. Warum? 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 Das ist schon wieder. Es ist sehr ernst. Nein. Haha. Aber nein. Sucks der Wii U. Nein. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ja und? Wir spielen Tennis nicht jeweils kalt. Mh. Das ist wie Tanzen, Brox. Ihr habt auch Tanzen. Oh nein, ich renne den ganzen Zug. Guck mal. Oh mein Gott. So ein Becken hier. Ahhhh. 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 Oh noob, ey schon. Es war wie den Europäern beim Tennisspielen zuzusehen. Die sehen nur hin und her fliegen auf einmal BOOM. One-Hit-Hacker 1, ehrlich. Boah, wo bin ich? Sichern bis tot. 3, 2, 1 und you're dead. Nein, ehrlich. 3, 2, 1 and you're dead. Dankeschön. Bitch wurde geslebt. Und, 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 und. Und selber einfach nur die ganze Zeit da campen. Und sich so denken. Ja, Evolo. Ich bleib hier stehen. Don't care. Don't care about business. Hey, ne. Ich nice so aus. Ich hab den ersten damage rank. Ich bin zwar letzter. Wie denn? Nice. Ja, der Typ rennt nicht vom Chaser weg. Aha. Ja, wenn ich vom Chaser gestern bist sofort. Was ist das? Ich will einfach Hits machen und nicht machen. Ich hab den ersten. Ich. Ich hab den. Ich steh... Ich steh... Ich steh... BOOM. BOOM. Oh. Oho. Oh 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 my god Oh my god Oh my god Oh my god Ja Ja ich hab den ersten Punkten Ich hab den Punkten zu viel gelangen Okay Das war gerade mein Kampfschrei Geh weg und schlag sie in mein Gesicht Ey untersteh dich In your face Vielleicht steht was anderes Mein Freund Meine Würde Stramm Welche Würde Welche Stramme Ihr seid so kacke Ganz ehrlich da will ich sterben Hey Hey Gehenchen hey Okay wisst ihr was Ich drück einfach Alter 4 Hey Gehenchen Ich überliebe Ich überliebe Woran bist du denn gestorben? Hey Keine Ahnung Ich hab geblinzelt Ich hab so zu Himmel gestarrt Ich wusste nicht war es ein Vogel Oder war es ein Flugzeug Und naja es waren zuerst Ich weiß nicht Es waren zuerst Oh Gott ich sollte Abstand nehmen Weg mit dir Wow Abserviert Ich muss Abstand nehmen Get on my way bitch Ich bin treu Bitte fügt Musik Ja sorry man Hast du gehört was ich gesagt hab Ja Wenigstens hab ich nen Freund Ja ich hab auch einen Weiß wie er heißt Nicolas Cage Sorry Falls ihr nicht wisst wer das ist Das ist der Typ aus Wie heißt der Film nochmal da wo die Die Face Swap da Weißt schon der Der tauscht mit dem Mit dem Mit dem Ein Typen die Gesichter Mit dem Gefängnis Den Typen mit dem Gefängnis Den Typ mit dem Gefängnis Nice. Das war doch von diesen Parallel-Tanzen-Dingen. Oh mein Gott, der letzte Flair. Target Flair. Ja, aber der hat... Ausgerutscht. Ähm... Die ist tot, um alles zu geben. Ihr seid alle Camper-Schweine. Sagst du Tintin, der oben auf der Welt steht? Ja, ich steh hier oben, um euch zuzugucken, wie ihr campt. Okay, dann guck ich dir zu, wie du anderen Leuten zuguckst beim Campen. Ja, ich wollt grad sagen. Vielleicht guck ich dir zu, wie du anderen Leuten zuguckst beim... wie sie campen. Okay, dann guck mir zu, wie ich dir zuguck und wie du zuguckst an anderen... Ihr könnt ja gucken, wenn ich euch... wenn ich euch die Augen auskratze. Hm... Mit deinen pinken Fingernägeln. Wie willst du... wie willst du... wie willst du uns die Augen auskratzen, wenn ich dir die Arme breche? Wie willst du mir die Arme brechen, wenn du nicht existierst? Wie willst du das überhaupt sagen, wenn du nicht geboren wurdest? Leute, please stop it. Viel zu nahe am Raum-Zeit-Continuum, tut mir leid. Wie willst du das überhaupt sagen? Michi? Michi? Du hast einmal gesagt, du hast drei Eier. Wie passen die in diese Hose? Welche drei Eier? Du hast einmal gesagt, du hast drei Eier, oh mein Gott, bloody Spidegger oder... Ne, das ist ja der komische... Das ist ja alles gesagt. Wie passen die in diese Hose? Naja... Kleinsin sei... Oh Mann... Wie der Typ noch zwei Sekunden weiter spammt... Nachdem der Count weg ist... Oh mein Gott... Oh mein Gott... Du hast ja gesehen, ist auch so... Mann, warum müsst ihr die ganze Zeit hochfliegen? Geh weg Michi, okay? Geh weg! Oh mein... Okay, das war zu nahe, das war zu nahe... Weißt du was, ich hau dich jetzt durch die Wand. Ups... Du steppst eben jetzt immer zuerst als erstes, ne? Ja, ich weiß, dankeschön. Du bist der Favorit. Gehltet ihr euch mal bitte um den Ersten auf dem Platz kommen? Oder auf die Liste runter zu kommen? Ja, wenn die ganze Summe da räumt, dann krieg ich ihn dann nicht. Es bringt mir erstes um mich anzugreifen, dann hab ich 0 Punkte am Ende. Ja, nur die Leute oben kämpfen. Ey, halt nie mal einen PS, Stun dich mal bitte. Ja... Warte... Warte... Ich werd nicht gestunnt. Äh... Ich werd nicht gestunnt. Hast du Stun-Defense oder was? Das ist wegen dem Chaser. Ne, warte mal, ich kann nicht mit dem Bat stunnen. Versuch mal zu dodgen. Lass doch mal. Dodge. Das geht nicht, aber PS geht. Nope. Das ist der Effekt von diesem Chaser. Achso, dass du hackst oder was? Du dreckiger kleiner Bastard. Das du hackst, Junge. Hext. 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 Ich bin tot. Ich hab's was zu verdient. Ja. Der Chaser bei mir gerade kaputt gegangen ist. Ja, der geht kaputt. Der geht kaputt rein. Ich verkacke sozusagen. Ja. Ja, und dann war auf einmal wieder da. Echt? Noll. Oh mein Gott, das wusste ich. Oh mein Gott. 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 Fuck you man. Lass mich in Ruhe verdammt. Dass die, die die ganze Zeit eigentlich nicht am Ende gewinnen. Ah 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 ah. Ja. Drop the beat. Muau muau muau. Sorry. Und tot. Man kann, man kann mit Spidegger, kann man canceln. Das wusste ich gar nicht. Bitch please. Oh fuck. Aber knapp Michi. Oh yeah. Ich hab die Rage nicht eingeschätzt. Fuck. Hm. Und Taschenrechner genommen. Warten wir ganz kurz. Warten wir ganz kurz. Warte, warte, warte. Ich muss kurz berechnen. Das sind die Runde. Würde auch jeder machen. Ganz kurz freeze. Right now. Just freeze, everybody. Just freeze. I can't breathe a bit now. Ich hab die Rage nicht erlebt. Ich habe mich aber sogar sollen die Mender. Michi, deine Worte. Meine Worte. I just... Oh. Sehe Stern! Reche mich! Sehe Stern, reche mich! Nein, ich gehe weg. Bis zum nächsten Mal.